Das ist der Wettertrend, morgens kräftiger Schneefall an der Ostsee, vor allem in Südwesten kräftiger Regen, bei 4 bis 8 Grad haute B und halbster abend bis zu 9 Grad ist ein bisschen Regen. Mehr Wetter bei uns immer um halb, mit den aktuellen Temperaturen. Hören Sie an diesem letzten Wochenende an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an die Möbellieferanten. Die noch so ganz fix Hochbetten, Schränke und weiter liefern und aufbauen. Ich habe die Zweieckkonzerne gesehen, die sich wirklich richtig doll beeilt haben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht aus dem Zeitplan waren, aber das sah sehr motiviert aus. Also Brot von mir, ich bin Marke Herzbach und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonnabend. Die weiße Musik, die größte Vielfalt. NDR 1, Lernloch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020